Was geht ab Leute, Fraps ist hier heute mit einem neuen Video. Wir checken auf jeden Fall heute den Fortnite Gegenstand Shop vom 3.9.2021 ab. Ich würde eigentlich sagen, wir verpassen keine Zeit und gehen direkt mal in den Item Shop und schauen was da draußen in der Wildnis so abgeht. Let's go! Okay, also wir haben soweit ich jetzt sehen kann auf jeden Fall einen neuen Skin am Start. Aber bevor wir natürlich dazu kommen, gehen wir erstmal in den täglichen Bereich und schauen uns alles an. Wie ich sehen kann, sind fast alle Marvel Skins wieder zurückgekehrt. Dann sind noch die ein oder anderen Sachen so noch am Start. Also ist eigentlich ganz cool. Wir haben heute auch auf jeden Fall das neue Paket Fortnite Marvel Hoheiten und Krieger Paket am Start. Wie ihr sehen könnt Freunde, bekommen wir hier das Black Panther Skin Paket. Dazu natürlich Umhang, Gleiter etc. Dann haben wir Captain Marvel am Start und nochmal, wie ihr sehen könnt, den Taskmaster. Ja, sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Der Skin hier vom Black Panther ist unnormal wild auf jeden Fall. Von Captain Marvel sowieso richtig nice. Und der Taskmaster, ja, naja, ist so eine okay Sache. Die Spitze und Rückmesser sind eigentlich relativ ganz in Ordnung so. Kann man mitnehmen. Der Gleiter von dem Black Panther ist auf jeden Fall richtig nice. Und der Umhang genauso. Soviel zu diesem Paket hier. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach einmal weiter zum täglichen Bereich und schauen uns hier dann die ganzen Sachen an. Wir haben hier nochmal von gestern diese FNCR oder FNCS, glaube ich, hieß es, Sachen wieder am Start, beziehungsweise immer noch am Start. Wir haben dann hier noch unterschiedliche Emotes. Und zwar wie eine Statue nach 118 Tagen wieder zurück. Nach 11 Tagen haben wir am Wasser gebaut wieder am Start. Nach 12 Tagen haben wir hier Bärenumarmung. Und nach 25 Tagen haben wir Licht an am Start. Dann haben wir zudem nochmal hier gestrandeter Jonesy nach 25 Tagen erhalten. Und Bashi nach 30 Tagen wieder zurück. Dann geht es eigentlich auch schon weiter hier zum vorgestellten Bereich. Im vorgestellten Bereich haben wir einmal Ghost & Shadow Handlanger Pakete. Ich denke mal, das Ganze solltet ihr kennen. Ist nach 35 Tagen jetzt nun wieder zurückgekehrt. Dann haben wir zudem nochmal das Rotkäppchen Paket am Start. Ist nach 31 Tagen wieder in den Shop gekommen. Dann gehen wir hier einmal nach oben. Hier gibt es unterschiedliche Marvel-Skins, wie ihr sehen könnt. Daredevil nach 60 Tagen zurück. Dann geht es eigentlich auch schon weiter. Black Widow. Black Widow nach 55 Tagen zurück. Dann haben wir hier das komplette X-Force-Paket. Das ganze Paket ist ebenso vor 60 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann haben wir hier Deadpool und Deadpool Kuschelbär. Und Deadpool Rabenskin wieder am Start. Nach 60 Tagen. Captain America ebenso nach 60 Tagen. Dann haben wir nochmal Venom am Start. Wie ihr gerade hier mit rund sehen könnt. Venom, meine Freunde, ist auch nach 60 Tagen zurückgekehrt. Plus Ghost Rider genauso. Dann haben wir hier oben nochmal Ant-Man. Ant-Man eigentlich auch ganz in Ordnung. Kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach mitnehmen, so optisch gesehen. Ant-Man, der Kollege, ist heute erschienen, glaube ich. Also das Bundle natürlich. Das war einmalig. Davor gab es die nur einzeln. Das Ganze ist aber nach 60 Tagen zurückgekehrt. Genauso wie Thanos und allem drum und dran. Ich denke immer, da brauchen wir nicht näher einzugehen. Fast alles ist nach 60 Tagen zurückgekehrt. Da brauchen wir jetzt nicht einzeln durchzugehen. Und heute haben wir ein neues Paket dazu bekommen. Und zwar Shang-Chi-Paket. Wir haben hier einmal Shang-Chi als eigenes an sich. Ich habe keine Ahnung, welchen Marvel-Film oder Charakter das da geben soll. Ich habe mal so einen Trailer gesehen. Aber ich habe mich jetzt damit noch nicht beschäftigt gehabt. Aber es ist auf jeden Fall nicht so krass, sage ich euch jetzt so, für einen Fortnite-Skin. Ich persönlich würde da die Finger von lassen. Eure Meinungen natürlich gerne in den Kommentaren. Und das soll das auf jeden Fall soweit mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Vergessen nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich bin einmal raus, haut rein, geht in den Flow, euer Frips und ciao. Bis zum nächsten Mal.